Aber, ey! Das kannst du so scheiße fliegen, Mann! Ja, unten ist! Achtung! Achtung! Ja, warte, warte! Warte! Ich komme! Oh, hier ist einer! Hier sind zwei Leute! Komm, der ist mit Panzer! Ich kann den rausschießen! Ja, du kannst da schießen! Da, da, da! Versteck dich! Da läuft das da! Schieß auf ihn! Schieß auf ihn! Ja, ich hab doch! Aber, aber zu fliegen ist das so scheiße, Mann! Das ist doch geil! Okay! Also, Simon! Simon, du hast es angesagt! Führ uns! Wollen wir uns mal hin? Okay, okay, okay! Oh! Sind das diese Safeknacker oder was? Ach so, warte, denkst du! Das sind Safeknacker oder so? Das sind diese Aufträge Safeknacker! Sind diese Aufträge Safeknacker? Ja! Ich hab's nicht! Ja! Du hast die erste Mal hin! Komm, ich weiß! Ich weiß nur, dass du... Boah, was sind das denn noch für Legs, wenn du rauskommst? Nein! Ich weiß nicht! Vergiss es! Nee, vergiss es! Ja! Alle wieder? Ah, er ist da schon für wen, da! Hast du da Karte einmal drin? Da ist einer noch! Oh, der da! Aber schau mal von rechts oben! Ist da noch eine Luft! Die fliegen nach links, oder? Ich glaub schon, ja, ja! Also, den Rest kann man nehmen! Nein, diese drei! Hier ist noch welche! Oh, der da! Das ist besser, weil wir da haben größere Gebäude jetzt! Eins oder drei? Eins! Nimm mal eins! Über den Eben! Ah, hier richtig! Richtig! Wir entlangten wir alle zusammen jetzt! Wir wissen, ob da was gelandet ist! Das ist ein bisschen wie Flughafen aus! Und verdammt! Von Airport, ja! Aber es gibt ja noch das richtige Airport, ne! Von der Riesweil! Was ist? Was ist hier? Ah, nicht! Nein, nicht! Das! Es gibt noch das richtige! Das ist unten rechts! Ah, ich weiß nicht! Ich bin gefrogt! Ah, ich bin gefrogt! Ich bin gefrogt! Ich bin gefrogt! das gebäude so riesig ist kein lot ja habe ich auch gesehen das müssen sie überarbeiten so schnell wie möglich und wo müssen wir hin weiß dass niemand oder ist die gleiche position ja bei mir in der nähe ja Ich bin zu zweit. Mehrere Flüsse sind identifiziert. Die Standorte sind auf der Taktikkasse aktiv. Das ist das jetzt. Das ist jetzt das muss ich nehmen. Das ist wie Plünderer einfach. Das war die Flüsse. Oh mein Gott, hier ist die Flügel. Ja, die Flüsse noch. Kann man Aufzug fahren, oder was? Paketenwerfer? Ach, ich schreck mich da nicht so. Ja, diese Scheibe habe ich nicht gesehen, man. Ich dachte, das ist einfach zu bespringen, landen, man. Da kann man nicht hoch. Titanic. Mach mal. Mach mal alle LKW. Jeder nennt sich ein LKW. Wir waren mit 118 Meter, also... Das Team ist in der Sicherheitszone. Risen. Risen. 80 Meter, das ist hier. Rücke vor. Ja. Ja, Madus, geh vor. Mach ich doch. Brauch doch hin. Denk dran, ne? Das sind hier auf jeden Fall irgendwelche Steps, man. Komm, die fight mal weg. Putz mal weg. Ich geh nicht, Madus. Da sind... Da sind... Das könnte ein Ding sein. Hier, hier. Ja, das ist Gegner. Hä? Ruhig, 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 ruhig. Das ist Gegner. Das ist Gegner. Aufpassen. Weg hier, weg hier, weg hier. Echter Sniper. Das ist Gegner. Habt ihr noch was drinnen? Ich weiß nicht. Ich bin drin, ich bin drin. Wo war der denn? Ja, da hast ihn getötet. Oh, komm. Auf Herzi ist nix. Ich brauch Muni. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Achso, 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 du sprengst das. Er macht ja einfach Sprengung, Alter. Ja, das... Ein Safe erledigt. Jetzt noch zwei. Ja, super. Das haben wir ja nicht wieder gebraucht. Aber wir haben nix im Safe. Ist der Sniper? Boah, das sind drei Sniper, glaub ich. Oh mein Gott. Was sind die? Bei Munition aufladen. Munition aufladen, rechts. Davon. Ja. Boah, wenn du da in das Fenster gehst... Wir müssen da eh nicht in die Richtung. Ah, scheiß auf dich, sollen die snipen. Hä? Das ist hier PUBG oder so. Ist auch noch ein Safe, aber kann man nicht... Stromgewehr? Stromgewehr. Warte, ich kann hier nix machen. Vielleicht nur der, der es angenommen hat. Ja. Oh, ein Perl. Wie ist das Blatt im Drück? Weg, 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 weg. Schau mal, wo ich bin und ich krieg Schaden. Okay. Brauchen wir noch. Was? Das ist ein richtiger Pole, ja. Hahaha. Hier gibt's noch andere, weil ich... Das ist ein richtiger Pole, ja. Das ist ein richtiger Pole, ja. Stör mich, ne. Boah, ist ja lustig. Ja, kannst du nehmen. Okay, tschau. Okay, okay. Okay, gehen wir zum nächsten, oder? Doch, die Sniper vischen auf uns. Ja, wir sind zu weit. Ja, ja, warte. Kriegst du eine Bombe und dann... Hahaha. Dann sagt er, äh, cheater, 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 cheater. Ja, gib zu dem, Kurwa. Ja, hast du das gemacht, Kurwa. Wo ist Matthäus? Ja. Wie kann denn da hoch? Wie kann denn da hoch? Wie kann denn da hoch? Wie ist ein NP? Dann nehmen wir einen Draug. Du hast alle Inhalte... Kein Pole, da noch mehr abgelaufen. Ja, ich komme schon... Oh, Bullfrog, oder was? Naja, danke. Fällt mir nicht. Jetzt diese... Ruhige. Die ist klar. Lass kurz... Ja, wir haben jetzt so viel gekriegt. Wir haben hier irgendwelche Strongholds, oder... Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir Cash ohne Ende, Jungs. Jetzt machen wir Schock. Aber kein Schock. Der ist ja weit und breit. Ganz soft. Ganz soft. Aber da wird, da wird früh sein. Nein, da waren wir doch. Da waren doch die hässlichen Sniper. Ne, das ist andere, andere Richtung, andere Richtung. Müssen wir nach Norden. Wow, jetzt hab ich kurz Orientierung verleihen, Mann. Man... Mani schockt. Mani schockt. Der im Body warne. Mini Bug. Also gehen wir... Wie lange hier rumdingsten, ne? 300 Meter, also... Aber wir haben ihn... Ja... Keine Ahnung. Ja, wir müssen... Wie nicht rumdingsten. Was? Du bist Killrace, oder was los? Nein, aber wir müssen... Den Foto, den wir jetzt haben... Wir müssen halt gewachsen. Foto. Voll Auto. Das kann man bei der Fangstelle eigentlich machen. Kann man sein... Ey, das interessiert mich jetzt. Wenn ich jetzt Auto... Ja, ja. Auto. Du musst Auto tanken, ja. Ja, ja. Deswegen diese Kanister. Deswegen hab ich mich gewundert. Was ist denn diese Kanister, Mann? Äh, Gegner von uns. Diese... Ja. Nee. Boah, er hat einen Shot, oder was? One Shot. Ja, zwei Shot. Okay. Der ist noch... Der ist gebrochen auch. Seid alleine. Hab ich. Da einer. Da einer oben. Du musst für deinen Wiedereinstieg kämpfen. Oder... Sniper, die haben Sniper. Könnt ihr weg? Wenn das sind Sniper, sollen wir können... Das sind nicht Sniper, das sind Pro-Sniper. Oh. Was hat er geschossen? Ja, ja. Das sind Pro-Sniper, ein Schuss. Und zweiter Schuss. Oh mein Gott, Zucker. Und der rennt weg. Der rollt mir in EU. Das sind diese One-Scope-Sniper. Tut mir leid. Oh, ja. Lauf weg. Ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen soll. Ja, ich komme zum... Lauf weg. Da sind... Da sind alle vier zusammen gewesen. Alle vier. Die sind irgendwo... Zwei mit Stummgewehr bestimmt. Ach. Fick dich. Ihr müsst weglaufen. Ihr habt Cash. Ihr könnt auch schnell kaufen, ne? Wenn schon. Nimm doch schon meine Beine in die Hand. Ich weiß nicht. Ich bin Kulak. Also... Ich sag nur. Ich sag nur, was ich gesehen hab. Also, das wäre gut. Oh, mit Mario bin ich. Mit Mario bin ich in Kulak. Mit Mario bin ich in Kulak. Von��ens. Einbein, ich weiß nicht. Ein Bein gleich Pauvel. Mein Bein. Bionate! Bios Brick! Äh der zählt auf ihm und schieß auf mich. Niedereinstieg folgt. Wir müssen zurück. Ach! Ach! Ich meine. Komm, wir fahren jetzt ein bisschen Boot. Okay. Ich weiß nicht, wir haben keinen Shot. Gar nichts. Hier ist fette Beute. Ja genau, U-Boot, oder was ist das? U-Boot, oder was ist das? Boat, Boat, normale Boat. Flauchboot. Ah, zieh rein. Einfach. Wie komm ich hier rein? Ich bin so tot, ne? Schau, so kann mich keiner treffen. Geht dich vielleicht? Immer links? Nein, rechts geht dich, rechts. Rechts, ich bin rechts, ich bin rechts. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist so tot. Wie steh ich aus? Aber hier waren wir schon, ne? Das kennen wir schon. Das, ja, ja, das kennen wir. Okay, das ist aber gut, ey. Ist es offen? Habt ihr gekauft? Boah, ich dachte, klar auf jemanden. Ey, wieder bei... Wie sehen wir nach, wenn ich packe? Ah, also ich stelle 5.000 mit, also keine Ahnung. Ich fand die, ähm, deine eigene Waffe drauf. Ey, das, aber warum sind die Stromkult jetzt? Da, Stromkult, jetzt sind die draußen. Aber voll weit weg. Es gibt schon zwei Stromkult. Wer ist oben? Weiß ich nicht. Ne, das muss auch irgendwas sein. Muss ja markieren. Das Gas mehr! Die neue Sicherheitszone! Aha, hier liegt. Der kommt zu uns. Ja, der, die steigen hier raus. Das hier. Wie hab ich gesehen? Da alleine. Glaub ich nicht. Dass er zum Shop geht. Äh, sie geht zu der anderen Shop. Okay. Landet. Sie haben markiert. Leifing. Ist nur einer. Ich hab nur eine gesehen. Ja, doch. Der Hedie ist ziemlich kaputt. Ich hab nur einen Pillen, Mann. Ja. Ich hab nur einen Pillen, Mann. Nö. Ja, die werden jetzt erstmal kämpfen. Das Team hat die Sicherheitszone betreten. Oh, der hat noch einen gekauft. Ne, das ist auch ein Team. Ne, das ist auch ein Team. Die sind drin, Jungs. Okay. Im Laderaum. Legt der sich dann. Kann der sich jetzt bewegen. Und runterschießen. Aufpassen. Aber er kann das nur nach hinten. Ja, in deiner Seite kann er. Der hat das gekriegt. Sie haben aber rausgesprungen. Das ist wichtig. Langstens einer mal hier ein bisschen Geld. Da ist einer oben. Hier ist Bargeld. Irgendwann? Ja. Zum Shop. Er ist in das Fenster rein. Wartet jetzt, wo der Typ droppt. Er wird bei ihm runterkommen. Er kommt denn nicht. Ne, der ist weiter hinten durch. Ja, der ist da beim Leiter. Draußen. Der ist draußen beim Leiter. Der kann nicht anders bewegen. Ich muss ihn sehen. Ja, muss einfach. Raus gehen über diese Fenster hier. Da hab ich mein Fenster. Anders kann ich ihm... Genau. Und da hinter der Wand. Rechts hinter der Wand. Da. Der ist der erste Etage. Der steht fest auf der ersten Etage. Er ist auf dem... Du Schockstest! Down. Da. Fini ich ihn. Er ist down. Er ist down. Komplett down. Er hat sein Maid gekauft. Keine Ahnung, wo der ist. Ja, gut. Ich weiß nicht. Wir haben einen Cash. Aber... Ja, genau. Wie kann man diese scheiß Ausrüstung kaufen? Weiß nicht aus. Sicherheitszone verlegt. Wir müssen weiter rein. Ich kaufe mir gleich meine Waffe. Ich muss mich zurück. Ich bin ganz im Schaden. Meine Waffe irgendwie kommt. Da, da, da. Da sind Leute. Da sind Leute. Habe ich einen gesehen. Bei der Tankstelle da drüben. Es gibt diese Standardausrüstung. Und... Wie? Eigene Ausrüstung oder Standardausrüstung? Eigene Ausrüstung. Ja. Ja, aber... Wie bringst du uns das weiter? Das ist nicht für alle, Mann. Aber ich hätte gerne stumm gewesen. Wenn ihr 5.000 für mich habt. Mario? Vielleicht. Keine Ahnung, wo du bist. Hier. Hier. Wo bist du? Hier. Komm runter. Ich habe das Cash. Genau, Mann. Ja, danke. Gibst du mir den Cash. Nicht alles. Nicht alles, Mann. Nicht alles, Mann. Lächste. Ohne. Ich empfehle euch, die Sicherheitszone aufzusuchen. Oh no. Was ist das jetzt? Äh... Stördings. Dronne kann man nicht kaufen. Doch. Doch. Ich starte dir. Bitte. Aufklärung. Ich rüber. Ich kaufe noch eine. Und ich habe... Ich höre. Ich höre. Ich höre. Bitte, bitte, bitte. 2x1. Ihr müsst herkommen. Na ja. Wie viele? Einer. Mit der Woah. Corona hat keine Streile gebraucht. Die Kki ist verbar und zurück. Ist dir irgendwas geschmissen? Gar! Ich muss nicht da reden. Du kannst mich nicht beginnen. Ja, aber ich hab wieder keinen Platten nix Ich hab noch eine Drohne Ich mach jetzt eine Arschbombe Alter, ich war in diesem Rucksack die ganze Zeit drin, ich konnte da nicht raus Ich geh hier oben, über die Brücke Ne Ach, wie ich wurde geschossen Von Von rechts, hinter dir Ich hab hier angeschossen Aber wir sind im Wasser, ich weiß grad nicht Da, ich bin oben, also auf der Brücke Ich kann eine Drohne starten Versuchen wir mal die Marius zu holen Ich kann mich im Wasser nicht bewegen, das ist doch lächerlich Der ist jetzt da Ich hab nur drei Schuss, also das ist scheiße Wieder angeschossen ein bisschen Der hat mich getroffen Nein Ne, Marius Ja, da ist er unter der Brücke Aber ich kann auch nicht schießen Der geht weg, der geht weg Der geht weg Ich hab ihn wieder angeschossen ein bisschen Wie denn, Mann? Der bewegt sich, schießt und trifft alles, oder was? Oben rechts am Shop sind auch Gegner Okay Ja, das ist scheiße Ah, ich geh die Lichtung zu Ich denke über den Gebiet ab Ja, dann hat er aufgehauen Aber der eine kommt auf die Zoo Aber wie konnte der mir alle Platten nützt Ich bin noch im Sicherheit jetzt Du schaffst das Oh Ich schieß natürlich gar in einer jetzt Ich weiß nicht wie weit ich gehen muss, weil ich hab keine Map mehr Auf jeden Fall rechts von uns im Regner Kommt zum Pavel Wir müssen noch ein Stück Ja Ja So, dann siehst du noch Oh Na, ich seh's ja nicht, weil ich hab diese komische... Ja, ich auch nicht Ja, man sieht das ganz schwach Ja, das ist hinter uns Komm und sie ahne Genau hinter uns Jetzt sind wir drinnen Ja Vor uns sind, glaub ich, Kicken Ich hab ganz wenig Schuss, das ist scheiße, Mann Kanister Warum hab ich Kanistert? Ja, das ist wegen Tanken Ich hab noch ne Panzerungskiste noch mal dabei Ey, ich hab... die hatte ich einfach im Rucksack Warum war die nicht ausgerüstet? Scheiße Ja, dann geh mal den... ja, jetzt geh ich schon da Ich meine den Nächsten sogar noch Ja, ich hab ein Herz Wieso müssen wir erst mal aufpassen, links und vorne Ja, ich lauf höchst mal Dabrecht ist niemand... Begebt euch jetzt zur Sicherheitszone Ja, rechts aufm Dach oben, oder? Abschluss Serie noch Was ist das? Voll automatisch Was? Fick dich mal Wir müssen sich eigentlich links halten. Ich hab ein Prezi Ich hab auch Prezi gefunden, glaube ich Okay, sonst müssen wir gut hören Gasmask, glaube ich Wir müssen irgendwie in diese Gebäude Ich move weiter über links Wahrscheinlich Brauchen wir einen Highground Erhöht es, erhöht es, erhöht es Ich hab Prezi auf diese Gebäude vor uns gemacht Let's go, let's go Die anderen sind auf Flieger Ja, das wir Ja, eine letzte Einer K.O. Vor uns, vor mir Der erste vor mir, hier Was ist das für eine Scheißkasse? Achso, ihm? Ja, okay, passt Müssen sie zusammenspringen Auf dem Dach, glaube ich Auf dem Dach, glaube ich Das eine, oder? Ich bin mir nicht sicher Ich hab ein Prezi noch Sind nur 2, 2, 1 Also die sind nicht hier Wenn ich sie abgeschossen habe Aufpassen auf dem Dach Mach mal, das holen wir Ach, war ja klar Das war so klar Simon, wir gehen mal weiter über links Zeigen wir uns links Eine, eine Seite, wählt die aus Ich hab, ich hab Maske, kommt, äh, zu Leider nicht Aber da ist die Susten Rechts Rechts, der Susten Der ist auch unten, oder? Hat er geschossen? Ja, wir Stärke und Stärke Ja, aber Ja, aber Ja, aber Ja, aber Aber Perfekt Bravo Bravo Hab ich mich tak Ja, aber Gut Gut Gleich am S-en, tak Ja, ja 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 Überlebungskunst Okay Okay Blunder Sanitäter Team Ziel Du bist der Team Ziel Sag mal weiter Hahahaha 3, Jesko 5, Breitling 1, Mario 0 Schaden 1100 Ich, Jesko 1400 Simon 760 50 Und du 260 Soldatenabschüsse Das ist ja Hä? Operatorabschlüsse und Soldaten? AQ Soldatenabschlüsse Was ist das? AQ Soldaten Assist oder was ist das? Nein das sind Assists glaube ich Ich glaube oder zusammen Zusammenabschlüsse Und dass du so viel auf dem geschossen hast Auch Sowas sind da abeinander Egal Aufnahme Morgen schauen wir nochmal an Hahahaha Easy Ich schicke jetzt in Mati gleich ein Video Warte Geh Jetzt 1000 Warte 30 11 oder sa Ja, schön was.